Oh doch, der Genie läuft. Bist du ready? Ich mach einen, ja. Go. Ja, du hast mit Speed... Haben nicht geschossen, haben nicht geschossen. Oh man, ganz kurz, die Base. Siehste, die Range. Ich bin auch da. Warte, mach jede Menge Z4 dran. Warte, 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 warte. Ey, mach ich, ich spring die ganze hinter der Seite weg. Ja, warte kurz. Bist du ready? Nein. Ich hab schon geplaced, mach nicht mehr, mach nicht mehr. Komm hier hinten so ein Petri. Ja, bin da. Aber machen wir schon, bevor wir sprengen, ich cryopotte den noch. Gasmaske. Da hinten ist ein Spiel, ne? Ah, ich kann ihn nicht cryopotten. Egal. Ne, ja, ja. Gasmaske. Lass ihn draussen. Hab ich. Zünder in die Hand. Ja. Let's go. Ich hab keine Notierten mehr. Ja. Ich bin in der Base. Spieler. 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 Hinter dir. Ja, hab ich. Mana. Und Spieler. Ist hier irgendwas drin? Siehst du hier irgendwas? Da oben ist Loot. Da oben, ganz nach oben. Zieh dich nach oben mit der Rebel. Ah, fuck. Oh, nein, nein, nein. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. Ja. Ja, ja. Ich hab gar nichts mehr, nein. Boah, shit. Was war das? Ganz oben. Ja, das war der Turret. Guck, was du da kriegen kannst. Also, ich weiß nicht, in den ersten und zweiten Stock weg war gar nichts. Auf dem Dach war auch nichts. Ich hab's nicht gefunden. Ja, ich probier's doch. Ja, du kannst halt nicht kaputt machen wegen den ganzen Strukturen, die da grad noch rumliegen. Ja, ich bin oben bin. Ja. Och, ich bin oben da. Ja. fragt nicht wie alter ich habe fast die ganze base abgesetzt aber in der base war halt kaum was drinnen leider nach oben der tesorium kühlschränke bin noch drin ich bin noch drin naja vielleicht denkt er ich bin alleine ich war alleine ich habe wieder gesprengt also wenn ich habe die kommen im mana hier nicht hin das ist das gute gerade wir haben wir haben da ein bett und müssen spiele ich habe am nächsten töten reise da die turret range ist halt mega geil eingestellt man kann einfach durchlaufen m richtig geil komplett gg in also der witz ist da das kann er sich noch was reißen wenn es doch nur kaputt machen das reicht doch schon wir hätten so ein bett nehmen wir haben ja so nicht wunderbar nicht verrecken absicht ja ich habe gerade echt überlegt hat man sind türe zugemacht 1c4 würde ich mich selbst damit wenn ich das im gleichen raum mache und ich ja kommt drauf an aber wenn ich hier spreng jeder die turrets rüstung 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 ist die noch gut hosen sich ändern und hände ja ich denke schon Also die... oh fuck, oh fuck, nein, die Turrets schießen ja bis dahinter, du kannst doch gar nicht durchlaufen. Jetzt, jetzt haben sie vielleicht umgestellt. Vielleicht weil die Base kaputt ist, fuck, wieso bin ich denn rausgelaufen, nein. Hast du nur gezündet? Ja, ja, die Base ist zerstört, ja. Lappen. Ja, ja. Ja, ja.